und vor allem wo durch die deckung des waldes zieht er in den kampf und da stimmt es ein tod und da sterben sie ein manchmal hi hier ist max willkommen zurück zu elden ring wir haben echte fortschritte gemacht na irgendwie nicht wir haben so ein paar sachen abgegrast aber ich glaube hier gibt es noch sehr viel mehr frage es gehen wir jetzt in die richtung weiter oder gehe ich hier unten hier ist glaube ich irgendwie noch eine ganze menge kram und hier auch ich glaube das schaue ich mir zuerst an irgendwie müssen wir da hoch das habe ich schon mal gesehen aber ich weiß nicht wie man da hinkommt wir gehen noch mal dahin irgendwie muss das ja gehen sonst also ja irgendwie muss es gehen da vorne weiß ich war ein gerade näher die karte haben wir hier ist ein gekriegt da hoch halt stopp lasst mich in ruhe ist hier okay ich will jetzt wissen was dieses teleskop ist ich habe die hier schon tausend mal auf der karte gesehen habe es aber glaube ich noch nie wirklich zur kenntnis genommen was das ist und was es macht das ist das ist weiter wo ich glaube das war ein anderer hey du Viel hält er nicht aus. Die Dinger ziehen auch gar nicht so viel ab. Aber sie können, glaube ich, ziemlich schnell nervig werden. Aha. Stopp. Stopp. Die hören gar nicht auf. Absteigen, bitte. Touch Grace. Ich glaube, hier ist schon noch einiges zu holen. Cookbook. Irgendwann werde ich irgendwas craften. Laskia Ruins. Ruins sind immer gut. Aha. Was ist das? Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der noch so stark ist. Aber anscheinend schon. Gut. Er ist hier gerade da vorne. So, pass mal auf, Freundchen. So nicht. Wir sehen ihn an. Wir sehen ihn doch an. Ich bin echt so, als würde es Telefon klingen. Also, ich hätte es mal nicht übertreiben sollen. Nervig. Zu viel. Himmel. Und. 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 Ich schampe da drum wie so der letzte Vollidiot, ey. Das war immer nur Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Das ist ein Quatsch. Die Attacke ist doch scheiße! Wer zur Hölle ist das überhaupt? Kasper, ey. Ich stelle mich hier echt an. Es kann doch nicht sein, das ist ja aber immer schon so, dass ich irgendein Boss innerhalb von zwei, drei Versuchen rausballere. So ein, wirklich ein Endboss. Aber der Kasper da, der im Prinzip nur so ein blödes Portal bewacht, durch das ich auch gehen könnte, wenn ich ihn einfach ignoriere, mich fertig macht. Nein. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist das, wo diese Eisenkugel kam. Das ist auf jeden Fall... Ja, ja. Das ist die Akademie. Dann hab ich mich vorhin einfach getäuscht. Aber irgendwie... Also hierhin will ich auf jeden Fall... Und so, und das ist das Problem. Wie komm ich... ...auf dieses Plateau? Hier unten war ich. Da war dieses komische Dorf. Vielleicht von da hinten. Vielleicht von der anderen Seite. Schwer zu sagen. Ach, da bist du schon wieder. Nee, ist eine andere. Ja? Ja, hier die Request... An abandoned home down the way? Was ist down? In die Richtung? Naja, dafür ist das ja jetzt da. An abandoned home down the way. Da drüben sind mehrere Homes auf jeden Fall. Es sind überall diese Dinger, was auch immer das ist. Da sind die Ruinen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Versuchen wir zum Baum zu gelangen. Hm? Mein Lost Grace ist es immer nicht verkehrt. Aha! Abandoned home. Das könnte es sein. Und da ist sie auch schon wieder. Boiled Prawn Shack. Es sind ganz schön viele von denen. Hey, wer bist du? Ja. Deal. Ja, wie viele? Tausends? Ja. Easy. Du kochst hier in Haufen. Wie viel? Das ist alles für dich? Boiled Prawn. Okay, ich habe jetzt ein Tausi ausgegeben. Nur um hier so ein bisschen zu White Knighten. Das kann es ja eigentlich auch nicht gewesen sein. Okay. Irgendwie, irgendwie unproduktiv. Hast du wenigstens irgendeine wichtige Information für mich, die mir weiterhilft? Ja. Aha! Volcano Manor Invitation. Seek the Altus Plateau, the realm or most tarnished, are doomed to wonder that you are no ordinary town of Orkano Manor will fully extend its... Mm-hmm. And this land of Lyernia is connected to the lift. Instead, at the base of the valley, it was excavated from both ends. I have faith in you. I do hope. Seek the at the base of the valley, near the grand lift. There is, and it was excavated from both ends. I have faith in you. I do hope. Aha. Und das, ich meine, das brauche ich jetzt nicht. Old ruins at the cliff, base of the valley, near the grand lift. Okay. Interessant, ja. Also, wir haben jetzt... Das Altus Plateau war da oben. Da, wo ich hochgefahren bin. Irgendwo hier ist Volcano Manor. Ganz interessant. Da kann ich jetzt dann rein. Ähm, also irgendwo hier gibt es wohl auch einen Tunnel, der nach oben führt. Was super interessant ist, oder irgendwie auch echt spannend, weil, ähm, weil es dann ja doch mehrere Möglichkeiten gibt, um nach oben zu kommen. Das heißt, wenn jemand die Sache irgendwie speedrunnen will, dann müsste er theoretisch gar nicht diese beiden... Also, im Angenommen, man will es normal speedrunnen, ohne rumzuglitschen. Dann müsste er wahrscheinlich nicht zuerst diese beiden Medaillons holen, die ich ja glücklicherweise schon hatte, weil ich ganz Lyonia abge... Nee, wie heißt das am Anfang? Limgrave. Weil ich ganz Limgrave abgegrast hatte, bevor ich überhaupt nach oben gegangen bin. Aber wenn man auch anders hinkommt, ist das natürlich eine interessante Sache. Nee, nee, nee. Ihr habt mich schon mal gestresst. Das mache ich nicht nochmal. Wow. Lasst mich in Frieden. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Was ist das für ein Kasper? Mann, überall... ...komische Leute, ne? Aber eins ist klar, ich kämpfe mich hier nicht durch. Was ist das denn hier? Rose Church? Woaah. Hm. Hey. Hey. Sorry. Ich glaube, diese Kirche ist voll am Arsch. Ist das Scarlet Rot? Ich glaube, hier ist nichts zu holen. Hier unten ist einfach alles kaputt. Warte mal, das da unten ist... Temple Quarter. Ah ja, das war da, wo... Ja, passt. So, aber ich will hier rüber. In der Hoffnung, dass ich da irgendwie... Und ich glaube, da kommt man hoch. Vielleicht nicht ganz da hoch, aber zumindest zum Earth Tree. Zum Earth Tree müsste ich kommen. Ja, auf jeden Fall. Aber da hoch... ...wahrscheinlich wieder Teleporter. Ach, kommt, Leute. So. Hier irgendwo darf... Meinetwegen... ...ah ja. Converted Tower. Erudition Guide B. Was ist das? Cuckoo Glintstone. Den ich so viel habe, dass sie... ...gesturing required ahead. Was brauche ich denn? Erudition. Hier vorne. Hier vorne? Danke für den Hinweis dann übrigens. Sofern das stimmt. Da wäre ich... Ah, ne. Okay, warte. Das ist... ...ne... Dann ist der hier, der gut ist. Applaud. Wäre ich nie drauf gekommen, dass ich eine Geste machen muss, weil ich sowieso fast nie Gesten mache. Aber es stimmt natürlich, auch in anderen Spielen gab es immer mal wieder Gesten, die... ...was gemacht haben. Die zum Beispiel... ...bei... ...in Dark Souls 3... ...könnte man mit dieser Dragon... ...nehm diese... ...dieser Geste zu diesem alten Schloss. Also ein ganz neues Gebiet war quasi... ...zu erschließen durch eine Geste. Memory Stone. Das... Ich hatte doch schon mal so einen. Zwei. Increases Memory Slots. Ja. Ich hätte langsam gern mal mehr... ...ääh... ...equip... ...also diese... ...ja, Ring... ...Ringslots. Ja. Okay, war doch irgendwas. Toll. Okay. Also Earth Tree. Da ist schon wieder so ein Kerle. Gut. Dann machen wir halt nochmal so einen. Ich weiß nicht, wie viele von denen ich noch machen muss. Ja, das war... Ich weiß, das war dieser eine, den ich auch sonst immer falsch mache. Hier, darauf ein bisschen... ...Mirinda. So war es ja... ...Mirinda-Sirup. Seit einiger Zeit sprudle ich. Und ich bin ja ein riesen Softdrink-Fan. Und das werde ich wahrscheinlich auch immer bleiben. Aber ich schleppe einfach nicht so gern den Scheiß tatsächlich rum. Die Werbung hat tatsächlich funktioniert. Ja. Keine Kisten schleppen. Habe ich gesagt, yo, das ist genau das, was ich machen will. Also, Sodastream. Und dann die Sirups. Und ich muss sagen, manche sind... Ich trinke meistens... Ja, ich trinke eigentlich fast ausschließlich... ...Light-Getränke. Und die es da gibt, sind teilweise gar nicht so schlecht. Ähm... Ey. Ähm... Ich finde es schade, dass es keine normale Pepsi-Light gibt. Sondern nur Pepsi Max. Bin nicht so der riesen Pepsi Max-Fan. Ehrlich bin. Das ist wieder der Fehler. Aber diesmal war es nur so halb so schlimm. Ähm... Wieder der Fehler. Gibt's doch nicht. Ähm... Aber tatsächlich, die Mirinda-Light ist ganz gut. Seven Up finde ich nicht schlecht. Am geilsten finde ich die Pepsi Max Lime. Mit Limetten, äh... Geschmack. Die finde ich super. Das Problem ist, die gibt's fast nie. Also... Gibt's voll selten. Im Laden steht sie in der Regel nicht. Und wenn ich's über, ähm... Amazon bestelle, inzwischen gibt's das da auch nicht mehr. Oder halt nur noch so von so Drittanbietern. Ach, weißt du was? Oh, komm, das war ein Fehler. Das war einfach ein Fehler. Ich wollte rein und... Ja, was war... Ich hätte das nicht machen sollen. Das war... Das Paradebeispiel... ...von Greedy. Haben wir denn jetzt nicht gesteigert eigentlich? Das steht nicht. Was ist das? Enemy felled. Jetzt gibt's wieder irgendwelche Crystal Tears. Cerulean Crystal Tear. Ruptured Crystal Tear. Perfekt. Also die gehen inzwischen fast im Schlaf, nachdem ich den einen eigentlich überhaupt nicht besiegen konnte. Hm. Nope. So. Schauen wir mal hier. Kein Pferd? Kein Pferd? Kein Pferd? Kein Pferd? Kein Pferd. Okay. Ich hasse diese kleinen Penner. Hallo? Hui. Die machen mich immer total nervös. Oh-ho. Shambiri Grape. Oh, hier irgendwo, ja. Hallo? Würdest du ihnen auf einem Pilgrim und wenn ich sie... Ja. Ja, ja. Irgendwas wird es schon bringen. So, und jetzt will ich nochmal da hoch. Ich will wissen, ob das wirklich vergeblich ist. Ja, aber das... Das bringt so nix. Geh mal weiter in die Richtung. Es nervt mich, dass ich da nicht hochkomme. Dann muss es einfach irgendeinen Teleporter geben. So, hier vorne ist doch... Ja, genau. Das war... Da war dieser Drache. Hier ist ein Steak of Marika. Das heißt nichts... Ah, doch. Das heißt... In dem Fall wirst du das. Cacous... Apple Jail. Yes. Na? Der sieht aus wie ein stinknormaler. Und wir wissen, dass die stinknormalen gehen. Ja. Okay, der ist ein bisschen anders. Ich glaube, ich gehe es noch ein bisschen zu beherzt an. Kann man den nicht... ...staggern? Wäre aber sehr schade. Ja. Nein. Nein. Ich habe gewusst, dass er es macht, aber... Ich habe nicht gesehen, wo er ist. Aber ihn anvisieren... Bei einem Riesen anvisieren ist es immer scheiße, weil da macht die Kamera immer so hin und her. Wenn man... Weiter weg ist, ist es okay. Wenn man nah dran ist, dann... ...hat man da keinen Spaß mit. Ja, die Kamera ist auch so manchmal scheiße. Außerdem bin ich gerade am Rand. Komm, geh mal nicht an den Rand. Komm mal weiter hier rein jetzt. Weiter hier reinkommen, bitte. Ja, genau so. Jetzt bist du wieder am Rand. Ich will nicht, dass du am Rand bist. Das macht mich Wahnsinn. Komm rein jetzt. Guck mal in die Mitte. Das ist auch die Arena hier. Wow. Das ist auch die Arena hier. Wie ich sagte, eigentlich eine klare Sache. Eine total klare Sache. Da vorne, meine ich, ist irgendwo eine Karte. Hatte ich das nicht irgendwo vorhin gesehen? Hatte ich den Eindruck, dass ich vorhin eine Karte gesehen habe? Anscheinend nicht. Was kommt da für ein Song rein? Da ist... Ein schönes Graz. Oh Gott, da sind diese Quallen. Die sind ja schon rot. Ich will nicht, dass die rot sind. Hm. Was ist denn das? Schon wieder ein... Ja, ich weiß. Aber es wird auch nicht leichter, wenn er so halb durchlässig ist. Irgendwie ruckelt der Scheiß jetzt. Ich weiß, nicht sicher. Ich weiß, warum ich das mal also klar fühle. Aber... ... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Keine Hunde. Keine Hunde. Keine Hunde. Du hast das. Das war's. Da unten geht's auch weiter. Wir bleiben mal oben. Wir bleiben nicht oben. Piloten. Nee, 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 nee. Oh, Pumpkinhead. Find ich aber irgendwie scheiße, weil... Ich reite mal durch. Ich hab irgendwie nicht mehr so richtig viel Heilung und Kram. Lass ich mal schön bleiben. Oh, Mist. Dem Heereszug stelle ich mich so nicht. Wohin ziehen die? Wohin ziehen die? Das ist die kaputte Brücke aus dem... hier ist die Karte. Hier ist die Karte. Also den Weg entlang. Aus der Akademie. Die ziehen wahrscheinlich nach da oben. Da oben, da ist so viel Spitzes Zeug. Ja, und Türme sind da auch. Okay, irgendwas ist da. Ah, schön. Das ist das, was ich eigentlich wollte. Können wir nicht mal aufleveln? Hm. 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 Ein so ein Ding müssen wir uns gönnen. Hm. 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 Baden. Für die fehlt mir Faith 12. Okay. Dann kümmern wir uns um Faith. In dieser Gegend ist die Karte... oder ist die ganze Sache irgendwie... Jetzt doch eins zu wenig. Verdammt. Alles etwas ruckliger? Sollte eigentlich, glaube ich, nicht sein. So pralle ist die Engine auch nicht. oder die Grafik. Oder die Grafik. Und wieder im Wasser. Thema der Folge heute ist, alles ist irgendwie auf Klippen, auf die ich nicht draufkomme. Hm. Hm. Ein Fünfer Smithing Stone wäre auch mal interessant. Aber dann muss ich mir ernsthaft überlegen, ob ich, ähm, die alte Waffe oder die neue Waffe pushen will. Ich finde die hier echt nicht schlecht. Diese Magieattacke gefällt mir. Da Ravine ist irgendwie... Da kommt man wieder nicht hoch. Oh Mann. Was am Ende der Ravine ist, ne? Aber die andere war halt schon auch fetzig. Hm. Hm. Das ist... Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich... 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 Mal hier. Kann ich hier wenigstens irgendwas cooles farmen? Irgendwas? Naja, viel... Erfahrungspunkte bringen sie nichts. Also, scheiß drauf. Es bleibt aber die Befürchtung, dass die zu einem Problem werden, wenn da vorne jetzt irgendwelche Ultra-Gegner kommen und ich muss die in dieser Ravine hier besiegen. Das sehen wir dann aber hoffentlich. Dann können wir immer noch umentscheiden. Dann können wir zumindest mal hoch. Oder es ist einfach Deko. Knapp verpasst. Nochmal. Hm. Ich hab das mal getroffen. Aber er hat das nicht. dann noch geblockt. Und jetzt. Hey! So was von getroffen. Jetzt. Jetzt kommen wir auch hier hoch. Ja. Jetzt wird ein Schuh draus. So. Ja, aber. Ah, ich hab hier hoch kommt man nicht, aber hier runter. Ah. Ein Händler. Ja, ich auch nicht. Ist das irgendwas cooles? Cookbook. Was ist das? Bewitching Branch. The Charm-Pierced Enemy. Das ist ein Scheiß. Ja, aber mal. Das Schild. Äh, der Schild. Blue Crest Heater Shield. 100 Physical. Naja, mitnehmen können wir es mal. Da. Die könnte man vielleicht irgendwie rüber. Schauen wir erstmal, was hier ist. Auf jeden Fall mal. Bellam Church. Das ist gut. So hier ist Sacred Tear. Yes. Masks. Add Charge. Nein. Increase Amount. Yes. Jetzt haben wir. Neun Flasks plus fünf. Das ist gut. Und jetzt sind wir hier oben. Wo ich schon war. Und beim letzten Mal bin ich hier rechts reingelaufen. Okay, ja. Ich habe das hier einfach übersehen. Was mir regelmäßig passiert. Genau da hinten kommt. Ja, okay. Gut. Ich will, wenn ich ehrlich bin, darüber auf diese Ebene. Und da kann man einfach hinlaufen. Irgendwie. Hä? Da war ich doch vorhin. Das ist doch die Ruine, wo ich vorhin war. Und dann einfach hier hoch. Hä? Habe ich das nicht gemacht? Ist aber egal. Vielleicht können wir es auch so machen. Irgendwer hat es schon mal probiert. Ne, pass mal auf. Das will ich jetzt wissen. Kriege ich es hin? Von hier aus mit dem Pferd. Irgendwer hat es hier auf jeden Fall auch probiert. Ja, da war ich ja gerade eben schon. Wow. Ja, ja, warte. Moment. Ich war gerade eben oben. Komm, nochmal. Sag mal. Ich hatte es gerade. Es geht. Das ist irgendwie eine unsichtbare Wand oder so. Das war... Knapp. Okay, ähm... Ruine? Hä? Dann habe ich den Weg einfach nur nicht gesehen, oder was? Klausibel. Aber peinlich. Das kann doch nicht sein, dass ich mich so dämlich angestellt habe. Das ist ja geil. Der liest ein Buch. Man kann da wirklich hin. War ich wirklich so doof? Da ist sogar... Hä? Hä? Wie habe ich denn das nicht gesehen? Ich frage mich zwei Sachen. Erstens... Wenn er liest, ist es ein Gegner? Oder nicht? Ich glaube eher nicht. Zweitens... Was liest der? Okay, erstmal... Ich habe das einfach nicht gesehen. Ich bin wieder runtergegangen. Ich Vollidiot. Naja. Das ist ein Schmied. Das ist ein Schmied. Well, look at you. I presume you are... Oh, pardon me. I am... An old conscience. Oh, here I perhaps you love. Ah, kannst du so richtig coole... Please take care. Yeah. Purchase. Man kann Sombus Mapping Stones kaufen. Das ist gut. Okay. Ich kaufe mir die direkt alle. Ähm... Komm. Einfach mal alles... Alles rein. Noch mehr. So. Das reicht glaube ich nicht. Wir fangen bei denen an, die ich nicht sowieso schon habe. Einen Einser habe ich noch einen. Zweier habe ich selber jetzt sechs Stück. Dreier habe ich null. Deswegen auf jeden Fall zwei Dreier. Ich habe noch drei Vierer. Das ist gut. Nehmen wir noch einen Einser dazu. Strength and Armaments. Ich bräuchte jetzt einen Fünfer. Und unten bei den Dingern ist es genau das gleiche. Aber den will ich ja bald haben. Also pushe ich den jetzt schon. Ich brauche zwei Sombus Mapping Stones. Drei. Hast du noch einen Dreier? Hast du noch einen Dreier? Okay, warte. Das reicht mir nicht. Und ich weiß ja, dass er hier ist. Und die helle Warde brauche ich ja eh erst später. Besorgniserregend. Wer ist das? Und vor allem wo? Okay. Durch die Deckung des Waldes. Zieht er in den Kampf. Und da stirbt er sein Tod. Ey, du holst den ganzen Wald ab. Ist dir das eigentlich gern? Ist ja nicht wahnsinnig nachhaltig, was du da veranstaltest. Fein. Huh. Carrier Manor. Hier könnte... Das könnte... eine neue... Bossgegend sein, oder? Das mit den Händen. Ist glaube ich okay. Ich denke, ich mache heute mal eine etwas kürzere Folge. Ich habe die letzte... Gestern habe ich zweimal drei Stunden gemacht. Das war echt... Schön viel. Aber immer wieder etwas kürzeres. Ist doch auch ganz nett. Und... Auch wenn ich da hinten nicht hochkomme. Irgendwie... Aber das kriege ich auch noch irgendwie gebacken. Haben wir doch hier jetzt eine coole neue Gegend. Mit ekelhaften neuen Gegnern. Da sind sie an der Wand, ne? Man sieht sie. Wenn man weiß, dass sie da sind. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben an und netten Kommentar freuen. Ansonsten... Sehen wir uns in der nächsten Folge von Elden Ring. Bye, bye. 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 Vielen Dank.